Und jetzt habe ich beim Lesen gemerkt, an der Stelle, wo er was mummelt und dann behauptet, er hätte gemummelt, dass sie eine tolle Philosophin ist, und sie dann zugibt, ja, ich bin eine Philosophin, an der Stelle muss ich immer weinen. Also jedes Mal, wenn ich das lese, kommen mir die Tränen. Und dann merke ich, an der Stelle hat die Figur ihren Buch, an der Stelle, das ist der Knackpunkt. Und der Knackpunkt ist der, dass sie nicht die Art Frau ist, die der Prinz will. Der Prinz will eine Emilia, der will ein Bauernmädchen. In einem Jahr Maarcher wird eine diyarte, die wir liebten. Untertitelung im Auftrag des ZDF-Bereitens bonsendcompagnont. Bei den Arbeitszeiten kommt man ja zu nix. Die Spätfilme sind erst nach Mitternacht zu Ende. Da haben Sie sicher einen Schlüssel für den Vorführraum gehabt. Schon, ja. Sagen Sie, dieses Netzgerät gehört nicht so völlig Ihnen, oder? Was? Nein. Sicher. Das haben Sie auch noch nie in der Hand gehabt. Nein, das habe ich noch nie gesehen. Okay. Ich habe hier noch nie in der Hand gehabt.